ja hallo und herzlich willkommen auf dem kanal von planet firework freunde heute testen wir mal eine batterie aus dem aldi nord und zwar ist das eine batterie von komet ja die gab es letztes jahr für 1799 das ist diese hier das schicke gerät ist eine 27 schuss batterie mit einer fontaine am anfang deswegen auch die 65 sekunden brenndauer also ich war doch recht überrascht was da von komet doch geleistet werden kann die war echt nicht schlecht die batterie ich möchte sie euch nicht vorenthalten und wünsche euch jetzt viel spaß beim zusehen immer gespannt dabei kommt was bei rumkommt wenn so eine großen kisten angeboten werden so so also ich bin positiv überrascht dass viel komet ist denn bei denen passiert sag mal gibt doch wohl nicht ja die wollen sich auch besser sagen die haben auch zu hören so 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 so